Der erwartungsgemäße auch gegen China, gegen den Weltranglisten Ersten, Wang Hao, mit 1-3, den kürzeren Zug. Und Robert Gardosch ist zurück in diesem ersten Satz. Also nachdem Rui Sem-Min auch gegen Wang Hao keine Chance hatte, musste er auch das Duell gegen Li Qing verloren geben. Der Mann aus Hongkong, verloren er 2-3. Und er ist drüber! Klasse Duell, dieser Ballwechsel, ganz nah standen sie da am Tisch. Ganz stark gespielt von Robert Gardosch, der volles Risiko geht, trotz des, oder vielleicht gerade wegen des Satzballs für den Koreaner, ihn da voll auf dem falschen Fuß erwischt. Oh, ich sage mal. Mein Gott, was packt der Junge hier aus? Der erwartungsgemäße auch gegen China, gegen den Weltranglisten Ersten, Wang Hao, mit 1-3, den kürzeren Zug. Und Robert Gardosch ist zurück in diesem ersten Satz. Also nachdem Rui Sem-Min auch war auch eine Chance hatte, aus der auch das Duell gegen Li Qing verloren geben. Und er ist drüber! Klasse Duell, dieser Ballwechsel, ganz nah standen sie da am Tisch. Ganz stark gespielt von Robert Gardosch, der volles Risiko geht, trotz des, oder vielleicht gerade wegen des Satzballs für den Koreaner, ihn da voll auf dem falschen Fuß erwischt. Mein Gott, was packt der Junge hier aus? Michael Lois! Vielen Dank! Vielen Dank.